Yo Leute, ich begrüße euch zurück und wir bleiben mal kurz im Schutzschild stehen, nicht dass wir hier jetzt direkt rausgehen. So, tschüss. Und wieder ins Grabfeld, so voll feige. Ne, so gehen wir nicht vor, wir sind ja hier ein Held. Ein Held muss auch richtig vorgehen können. Nur wenn man nicht trifft, ist das auch scheiße. Absolut, du stinkst so leid bei dir. Ja mal, hallo. Das hier müssen wir kaputt machen, sehe ich jetzt auch gerade. Ist auf jeden Fall schon mal schön, dass wir auch noch was kaputt gemacht haben. Was? Wie wippt das denn denn immer so nach vorne? Absolut, Absolut. Geh weg jetzt. Ne, will nicht. Jetzt aber. Ach, hier liegt ein Raketenwerfer. Nehmen wir Raketenwerfer mit. Statt dieses wunderschönen Snipers. So, weg. Weg. Und weg. Was haben wir hier? Ah, Verbesserung. Brauchen wir natürlich eigentlich so gesehen immer. Was haben wir hier? Oh. Das ist nicht schlecht. Ach, das haben wir schon. Fail. Na, nehmen wir das. Das ist auch nicht schlecht. Wenn wir Feinde töten, kriegen wir unsere Energie wieder schneller zurück. Hilft uns nur nicht, wenn wir sowieso keine Munition haben, um die Gegner kalt zu stellen. Punkte. Danke. Ist hier oben denn auch was? Hier liegt nur eine Shotgun. Das ist nichts. Okay. Den haben wir erledigt. Muss ich jetzt nach da hinten weiter gehen? Ich mag euch nicht. Ich renne mal lieber hier hin, da, wo der Weg mir das auch anzeigt. Jo, verliert voll Leben durch sowas. So ein Quatsch. Zeig mal ruhig weiter den Weg. Rennen. Ach so. Ja, haha, wahrscheinlich. Die übrigen Tentakel töten ja eigentlich. Spaß. Boah, den hat's weggefetzt. Sterben die von einer Rakete? Das war doch sonst nicht so, oder? Na, komm. Brenn, Junge. Bist ja eh schon Blut überströmt. Da wird dir das bisschen jetzt von den Aliens ja wohl nicht noch mehr ausmachen. Das liegt hier. Ah, Maschinengewehr. Ach, jetzt sind wir doch hier wieder am Anfang. Oder nicht? War das hier nicht eben der Anfang? Dem Maschinengewehr da. Oh, das ist natürlich noch... Ne, das ist dieser Strahl. Aber der ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ich verschieße jetzt erstmal hier den Scheiß auf den Typen. Abflug. Okay, jetzt sind wir bei den Miene. Abflug, um du schon explodierst. Explodier bitte bei deinesgleichen. Okay, das müssten wir jetzt eigentlich... ...doch mal so langsam hier abgehakt haben. Mein Gott. Wo ist jetzt das andere Alien-Dingens? Oh, nee. Super, jetzt ist das Teil leer. Das hat's natürlich jetzt total gebracht. Boah, man bewegt sich aber auch gar nicht irgendwie so langsam damit, oder? Scheiße. Und was los. Ey, wo ist denn das da oben hin? Was lag hier? Oder war er hier? Ah, eine Waffenstation. Dann gucken wir mal gerade, was haben wir denn noch für Waffen hier? Die behalten wir zu 100%. Lass uns die mal lieber mitnehmen, weil... ...haben wir zwar sehr wenig Muni, aber... ...die hat ja... ...ganz schöne Durchschlagskraft. Und ich meine, ne... ...in so einem Kampf hier... ...können wir das, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Diese Druckwelle, die ist mega cool. Was fehlt noch was? Und ne, ist okay. Oh, mehrere. Kein Problem, wenn wir erstmal unsere Druckwelle wieder haben. Hier ist Munition. Eigentlich wohl die Verschwendung, aber egal. Hauptsache, diese Viecher sind erledigt. So, das müsste auch eigentlich erledigt sein. Ja, damit... ...dann ab nach oben. Ah, hier ist mein Muni. Die nehmen wir natürlich mit. Haben wir nichts bekommen. Super. Super Munitionskiste, wirklich. Wo muss ich hin? Nach oben, okay. Ah, hier geht's rein. Ah. Die Druckwelle zieht den Viecher mal erwähnt. Leider. Ach man, nicht schon. Und ihr Stresswollt könnt ihr nicht. Können wir an der Wand aufplatzen. Hier war der Nahkampf. Okay. Bleibt doch stehen. Wo ist der Dicke, wenn ich die Schuhe? Wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. Der ist jetzt erstmal... Ich springe diese eine doch richtig rein. Scheiße. Scheiße. Fuck. Hab ich... Okay, Schutzschildenergie. Ich hab ne neue Erweiterung. Bringt mal gar nix, Kollege, wenn ihr mich hier abschiebt. Da wird er sogar auf dich zurückgeschossen, verstehst du? Nur jetzt ist Muni leer und ich bin in der Ecke. Das ist vielleicht nicht ganz so toll. Aber ich bin auch fast wieder tot. Super. Nehmen wir hier unser Supergewehr. Maschinengewehr brauche ich jetzt nicht so dringend. Immer hier reparieren. Und gucken, was wir für eine Erweiterung bekommen haben. Haben wir die hier freigeschaltet? Oder hier unten? Das hier haben wir ja schon. Was ist das? Erhöht die Schussfrequenz? Nein, die Magazingröße aller Waffen wird erhöht. Hm. Das ist nicht schlecht. Ich würde mal fast sagen, wir machen die Magazingröße größer. Wir hätten da noch was mit Munition gehabt, aber egal. Da ist schon mal dieses Teil, was wir zerstören müssen. Okay, das müsste erledigt sein. Ja. Mach ich mit der Druckwelle, mach ich nicht mit der Druckwelle, Blatt. Mach ich was so mit dir. So, Checkpoint R rein. Das sollte es tun. Oh, scheiße. Was ist für eine Munition? Was ist für eine Munition? Alle Tentakles haben dann geblieben. Die Passage zu der Queen sollte jetzt abhängig sein. Ich hätte vielleicht jetzt gerade eher mal darüber nachdenken sollen. Äh, Schutzschild zu machen. Ja, komm, schieß. Hat dir wohl gar nichts gebracht, oder? Nö, nicht mit mir. Ist echt scheiße, wenn ich dich fertig machen kann. Aber er kann mir ja nichts anhaben. Ach, herrlich. Diese Fähigkeiten sind echt cool. Die hätten sie ruhig auch schon beim Teil davor einbauen können. Ähm, aber da gab es ja im Grunde, ja, keine Fähigkeiten, aber da konnte man ja, ähm, gehe ich überhaupt noch richtig hier? Äh, da gab es ja dann so Jetpacks und so eine Sachen, die einem in gewisser Weise auch eine Fähigkeit gegeben haben. Hier muss ich runter. Hier muss ich runter. Okay. Hinter mir war, glaube ich, ein großes Alien. Ja. Wenn da einer war, dann ist er down. Ist noch irgendein Gewehr gewesen? Du kannst auch schießen. Aber ich treffe trotzdem. Wo muss ich hin? Diese Höhle sieht auch komplett gleich aus, irgendwie. Ach, noch so ein Dicker wieder. Zwei, drei Dicke. Ach so. Habt ihr euch gedacht, Gruppenkrebs oder was? Wieso kann er denn in mein Schutzschild rein? Das bin ich scheiße. Ich hab mir das hier aufgebaut. Weil ich eine gewisse Sicherheit haben wollte. Und ihr macht's mir kaputt. Checkpoint erreicht. Geht doch. Hier müssten ja jetzt voll viele Gegner kommen, oder? Warum explodiert denn das Teil jetzt nur noch einmal? Ist das nicht vorher so ganz oft explodiert? Komisch. Ah, jetzt ist es öfters. Ich glaube, das ist nur, wenn da Gegner in der Nähe sind. Tschüss. Das blättert echt in dem Spiel. Das ist richtig krass. Aber es kommt gar nicht so brutal rüber, irgendwie, wenn man hier diese Aliens tötet. Wo muss ich denn hin? Ah. Ich dachte schon, ich müsste da jetzt runterspringen. Was ist hier los? Ach, da ist unsere Heatsignatur. Ach, gar keine vielen Gegner. Ist das Ding alive oder nicht? Scans würde sagen, ja. Aber es ist ähnlich wie alles, was wir so weit erfunden haben. Das war's ja wohl für euch. Ganz nach oben, okay? Ach so, und ich werde jetzt auf meinem Weg aufgehalten von diesen kleinen Dingern, die mir ja gar nichts anhaben können. Eine Druckwelle und die sind eh alle im Arsch. Ah, unsichtbarer auch noch am Stüttel. Das ist jetzt nicht so, ne? Erstmal da hinten. Das Nest im Arsch. Hallo? Respektlosigkeit hier. Muss ich hier überhaupt noch lang? Ja. Die Druckwelle ist der Hammer, Mann. Wow, wow, wow. Das geht hier aber die Lutzung, ne? Da sind mal Punkte und Munition. Was willst du denn? Du Zwerg. Hör mal. Kommt ruhig alle da lang. Genau so wie hier. So, tschöööö. Diese Waffe ist so ultimativ. Fast schon overpowered. Hä, wieso kann er das überleben? Ah, ich wollte schon sagen. Hat er sich doch noch aufgelöst. Zum Glück, ey. Ich gebe dir aufs Maul. Komm her. Bam. Wie geil. So. Hier müsste ich doch mal so langsam am Ziel angekommen sein. Ja, Checkpoint erreicht. Okay. Okay. Ein paar Gegner. Wieder. Tschüss. Scheiße. Warum ist das wie so rot? Achso. Ich bin fast tot. Nein, was tue ich? Nein. Renn, Junge, renn. Scheißegal. Renn einfach. Gott, wie habe ich das überlebt, bitte? Noch so ein Dicker. Ach, geil. Der hat doch noch einen Schutzschild wahrscheinlich. Mach doch das Ding da kaputt. So. Komm, solange das Schutzschild noch aktiv ist, borde ich hier eine Kugel nach dem anderen raus, die kurz zu entfernen. Kümmer den nicht. Juck den einfach nicht. Doch. Er ist tot. Und schon wieder, was tot läuft. Du bist auch jetzt noch nicht im Heimer. Oh Gott. Na, komm. Die sind auch alle im Heimer. Herrlich, dass die so einfach aufplatzen. Ach, hier kommen immer mehr. Wahrscheinlich nicht, oder? Neue Erweiterung, verfügbar zum Kauf. Okay. Warum? Weiß kein Mensch, aber sie ist auf jeden Fall. Kann mir nicht mal eine anzeigen. 37 Meter. Ach, ich bin ja fast da. Dann mache ich jetzt hier einen Schnitt. Melde mich gleich zurück. Bis dahin. Und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen. Ja, ich bin ja fast da.